Was ist eigentlich Shellac? Das ist Shellac. Shellac ist eigentlich als Nagellack gedacht, der extrem lange auf Naturnägeln halten soll. Dabei seid ihr aber auch wieder auf eine UV-Lampe angewiesen, da Shellac quasi ein UV-Farbgel ist, nur in anderer Zusammensetzung. Ich persönlich habe es nur sehr selten auf Naturnägel aufgetragen, da Shellac nicht wirklich die Stabilität fördert des Naturnagels. Würde ich wirklich nur für Kunden empfehlen, die von Natur aus sehr harte Nägel haben. Für Leute, die etwas weichere Nägel haben, würde ich immer noch mal eine Naturnagelverstärkung drunter machen. Das heißt einfach nur Primer, Haftgel, Aufbaugel nachfallen, Shellac. Das Ganze kommt ihr im Drogeriemarkt, was ich euch allerdings nicht empfehlen würde. Ich würde lieber zum professionellen Nagelschaub tendieren, denn da könnt ihr sicher sein, dass die Zusammensetzung auch vernünftig ist. Zudem gibt es das Ganze dann auch noch mit Schwitzschicht und ohne Schwitzschicht. Die ohne Schwitzschicht heißt meistens Carbon. Müsst ihr mal gucken, wo ihr besser mit klarkommt. Ihr könnt natürlich beides benutzen. Zudem könnt ihr Shellac auch als French benutzen. Das ist kein Problem. Einfach nur die Farbe so ein bisschen auf die Spitze auftragen und dann mit einem Dottingstick oder mit einem Pinsel verteilen. Zum Auftragen kann ich euch nur sagen, kommt bloß nicht an die Nagelhaut, denn es ist immer noch Gel. Und wenn ihr das dann aushärtet und ihr an die Nagelhaut gekommen seid, ist das immer so eine Fehlerquelle. Da kann dann schnell mal Luft unter das Gel bzw. unter den Scheller kommen. Zudem tragt es nicht zu dick auf, denn wenn ihr es zu dick auftragt, kann es Fehler bei der Härtung geben. Lieber ein bisschen dünner und zweimal als zu dick und fehlerhaft. Zudem Trocknungszeiten würde ich sagen eher zwei Minuten bis vier Minuten, denn Shellac ist manchmal sehr empfindlich, was die Trocknungszeit angeht und da würde ich lieber ein bisschen länger das Ganze in der Lampe lassen. Das war es auch schon mit dem heutigen WTF. Das Thema Shellac werden wir noch mal in einem längeren Video angehen und da werde ich euch dann zeigen, wie man das Ganze perfekt auf den Nagel aufträgt. Ich hoffe es hat euch gefallen und war ein wenig informativ. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.